Ja, na, wie war die Arbeit? Ich hatte wieder eine 5. Hast du denn nicht gelernt? Du weißt doch, dass die Arbeit wichtig ist. Natürlich habe ich dafür gelernt. Ich habe schon die ganze Woche gelernt. Ich habe sogar Fußball ausfallen lassen dafür extra. Das war doch gar nichts. Früher als in der Schule noch richtig alleine. Opa, sei leise. Deine Geschichten interessieren echt niemanden. Boah, das ist so ungerecht. Gar nicht. Weißt du, was mir passiert ist? Das war ungerecht. Das war so gemein. Ach, Mäuschen, das war nur ein Spaß. Boah, Mädchen, das ist so ein Kinderkram. Wisst ihr, was mir letztens passiert ist? Also, ich hatte da ja diesen One-Night-Game. Ja, entspannt euch mal. Also, das war jedenfalls so. Das war aber auch noch nicht. Und mann Nachrichtstand, sowas gab's zu meiner Zeit noch gar nicht. Daher ist mein Opa. Mein Vater ist gut jetzt. Ey, Ivo, weißt du noch, was dir passiert ist? No, ja. Boah, das ist voll die Dumme. Ich hasse die richtig. Das, was sie abgezogen hat, das war wirklich so ungerecht. Viel ungerechter, als das, was dir passiert ist. Das geschieht euch jungen Leuten echt dreck. Damals in meiner Zeit, da gab's den Rohrstock, Zucht und Ordnung. Oh, Opa! Beruhigt euch mal, Kinder. Was mir letztens passiert ist, das war nicht mehr lustig. Sowas von ungerecht. Was? Das können die doch nicht machen, Papa. Wenn ich demnächst von Hartz IV lehnen muss, ne? Sag mal, kann man eigentlich mal irgendwann mit den Einkäufen helfen? Das ist so ungerecht. Wer hat mich hier zur Haushälterin ernannt? Mami! Oh, ne, dich schon wieder. Okay, komm. Ich habe eh keine mehr mehr. Ja, okay. Aber ich wollte doch noch... ...wirklich unfair ist, dass man hier einfach nicht zu Wort kommt. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018